Grüezi, meine Kumpane. Wir sind hier in einem neuen Part. Link ist total durchnässt und da gibt's wieder unsere Feinde, die uns riechen können. Gut, wir haben aber unser Schwert dabei und der... Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Nein! Ah! Oh, Musik? Ich müsste, glaub ich, den Bubenrein wieder draufsetzen, ne? Damit ich mich nicht total verkacke. Okay, gut, Bomben hab ich 26, darf ich wohl nicht haben. Am besten soll ich den nicht verschwenden. Ich frag mich wirklich, ne? Man muss ja ein Video spielen, muss man das so ermöglichen, dass man, sag ich mal, möglichst, ja, weiterspielen kann. Und wir brauchen ja, um diesen Felsen zu erschönen, sag mir mal, Bomben, ne? Wenn ich sagen würde, diese 26 Bomben, die ich jetzt habe, verschwende ich, ne? Ja, kann man immer noch sagen, geh dir welche kaufen. Geh, ich geh mir welche kaufen. Ich verschwende die wieder. Hab dann, ich kaufe dir so lange, bis ich kein Geld mehr habe. Okay? Ich kaufe mir wieder welche. Von dem Geld, was ich finde auf dem Welt, äh, auf der Oberwelt, ja? Und was passiert? Die verschwende ich wieder von dem Geld. Und dann bin ich in eine Situation angekommen, wo ich kein... Ups. Wo ich kein Geld mehr habe, ja? Und die sitzen einfach nur so und machen nix, ja? Bam! Und der brennt. Warum? Brennt der wirklich? Bam! Aufs Maul. Komm aufs Maul. Bam, 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 bam. Ups. Komm her, du auch jetzt, kleiner Sack. Du verlierst die Waffe gleich. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Die scheinen gefährlich... Also, die sind zuerst gefährlich, ne? Ich finde, das sind bis jetzt die gefährlichsten Gegner, die ich so kenne. Oh. Bam, du den Sack. Mach dich fertig. Oh. Jetzt hast du keine Waffe. Ha! Komm her. Ey, die scheinen manchmal wirklich menschlich zu sein, ne? Genau, was ich noch heute ansprechen könnte... Wäre... Ja, oh. Wäre... Oh, da gibt's Bomben. Okay. Na gut, man könnte wieder die Bomben verwenden. Aber die könnte man ja auch verschwenden, ne? Na gut, dafür müssen wir auch ein bisschen dumm sein. Ich hab heute ein neues Video gesehen zur Timeline, die Luxat Link gemacht hat. Und der hatte extra gesagt, es sollten nur Leute einschalten. Oder es können auch andere einschalten, aber es sollten nur Leute einschalten, die allgemeinwissen von The Legend of Zelda haben. Also so die Grundkinder zu haben, ne? Ich hab mal so gedacht, okay, die hab ich. Hab ich eingeschaltet und... Ja. Ähm... Ja. Ich hab größtenteils verstanden, was er uns sagen wollte. Und zwar... Gibt's ja drei Wege nach Ocarina of Time. Gibt's ja einmal den Weg, der mit Wind Waker anfängt. Den hier. Äh... Majora's Mask anfängt. Und... Was war das andere? Ich glaub, Oracle of Seasons war das. Tut mir leid, wenn ich mich täusche. Ich glaub, so war's. Und die ersten zwei Pfade stehen hier dafür da, dass... Oh, ich seh grad, mein Upload ist fertig. Hurra! Moment, ich muss kurz was machen. Ich mach mal ein Thumbnail hochladen. Ja, das könnt ihr jetzt kurz was dauern. Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Sorry. Und jetzt Latt hoch. Jahu. Äh. Ey, YouTube schockt immer rum, ne? Komm jetzt. Ey. Ja, gut, jetzt. Jetzt habe ich ausgemacht. Gut. Und, ähm, die, die, die zweite Fahrt und der dritte Fahrt, also sprich, oh, was ist das für ein geiler Ort? Majora's Mask und Wind Waker sind die Wege des besiegten Links in Ocarina of Time. Und da ist so, oh, das ist doch so eine geile, ne? Ho, 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 ho. Junge, der du die Winde erwächst. Ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dein Abenteuer zu erleichtern. Ja, was gibt's denn? Herzteil? Oder Knete? Oh, ne Lotusbüte. Oder was ist das denn jetzt? Krieg ich mehr Macht, oder was? Oh. Wart zum Fick, du kannst jetzt mehr Rubine mit dir führen. Dann, geil, würde ich fast... Ach, es gibt's ja auch welche, okay. Ja gut, ich hatte bis jetzt nicht so viele, ne? Die Fee in dieser Quelle werden gerne alle eine Wunde lindern. Solltest du erschöpft vom Kampfe sein, stelle uns doch wieder einen Besuch ab. Gut. Dann kann ich direkt eine Fee mitnehmen. Gut, das mach ich mir jetzt. Hm. Ja. Ja. So. Sorry. Ähm. Im letzten Part. Nicht im letzten Part. Ich hatte gerade diese Aufnahme, also muss ich leider unterbrechen. Weil... Moment. Nicht alle aufnehmen. Was machst du für einen Link? Bist du bescheuert? Wie viel hab ich jetzt aufgenommen? Verdammte Scheiße. Ähm. Moment. Da muss ich erstmal was gucken. Wo sind wir überhaupt? Hier. Was haben wir überhaupt bekommen? Wir haben ein Portemonnaie bekommen, okay. Ja. Und wo müssen wir jetzt... Müssen wir jetzt noch was machen? Hier. Kein Plan. In jedem Fall musste ich die Aufnahme leider unterbrechen. Die letzte Aufnahme... Also die letzten 10 Minuten, die ich gemacht habe, waren vor 10 Minuten. Äh, nicht vor 10 Minuten. Vor 2 Tagen. Das ist natürlich... Willy Wonka Style. Ich weiß jetzt nicht... Sind die wieder da? Ja, die Heine sind wieder da. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich noch hin muss. Wo muss ich noch hin, mein Freund? Leopold, kannst du mit mir reden? Kannst du dich mit mir verständigen? Hallo. Wer ist das jetzt? I don't know. Ich hab die letzten... Die letzte halbe Stunde... Gameplay-Material. War wirklich sehr produktiv. In den letzten Part haben wir dieses Opa fast nicht hinbekommen. Ja, wir sind daran gescheitert, aber so richtig. Und... Jetzt hier, weiß ich mir gerade nicht, wo ich hin muss. Ich war jetzt in der Feenbucht. Okay, da kann ich immer wieder zurück... Okay, das weiß ich jetzt auch. Mehr nicht, oder wie? Okay. Moment, ich gucke noch auf die Karte. Die sagt mir nix. Besonderes. Wir gehen mal zu Leopold. Also ich nenne den Gän mal Leopold. Auch wenn er der Leuenkönig oder so heißt. Düt, 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 düt. Okay, dann setze ich mal Lead des Windes nach Westen, Osten, kein Plan. Denn ich will ja nicht Richtung Gen-Norden fliegen. Mann, wo wollte ich jetzt hinfliegen? Genau. Also doch Norden. Ha! Also manchmal finde ich das echt komisch, dass man nicht gucken kann, wo man fliegen will. Okay, das Weitemär ist so gruselig. Gut, ach ja, da will ich uns was sagen hier. Ah! Ups. Oh! Ihr Sacki. Gut, der Typ will uns hier was beichten. Ja gut. Guten Abend. Ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Oh. Ich bitte meine Dreistigkeit, Sie unerlaubt anzuschreiben, genäß zu uns schuldigen. Entschuldigen. Wenn Sie kein Interesse an meinem Angebot haben, werfen Sie die Schreiben bitte weg. Leider entgeht Ihnen da aber eine ehemalige und sehr sehr solide Entgegenheit, denn ich biete Ihnen eine Flasche, eine Herze und eine Schatzkarte zum absoluten Vorzugspreis an. Allerdings führe ich von jedem Artikel, wie oben geschrieben, nur ein Exemplar. So sollten Sie Ihr Interesse haben, dann beeilen Sie sich doch bitte zu Isla Stalagmitga, in deren Nähe ich mein Geschäft anzutreffen bin. Ich erwarte Sie freudigst. Ja, ja. Bla, bla, bla. Ja, ein Rubin. Oh, danke, danke, danke. Gut, ich denke, mir ist gerade was in den Sinn gekommen. Ich habe, glaube ich, was verpennt. Und zwar habe ich vergessen, eine Fee mitzunehmen. Ich bin ja so ein Idiot. Ähm, wir sehen uns gleich wieder in dieser Feeninsel. Ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja so atemberobend. Mein Gott. Wir sind wieder weg. Die, das hat zwar kurz gedauert, so ein bis zwei Minuten, aber trotzdem hasse ich einfach so Sachen, für die man einfach zurückgehen muss. Komm her. Jawohl. Du Sackgesicht. Du hast alle Fee in der Flasche gefangen. Och, ja, ja, nicht heulen. Naja, nee, ja gut. Das ist für die Oma. Für die einsame Oma. Ich glaube, wir hatten mal schon eine Fee, ne? Hätte ich sie damals nicht freigelassen, hätten wir jetzt dieses Wohu, Wohu war Wohu nicht. Ach. Gut, jetzt können wir auch nach Auzeit. Du Sack, oh. Du Sack, du fett Arsch. Warum bist du auf einmal hier? Scheiß Garnon, Alter. Kann einfach so in Sektung beschwimmen. Was ist das für ein Magier? Wenn ich gerade ehrlich bin, bin ich ja gerade in der Abschlussphase mein, oh, oh, was ist das jetzt? Äh, meines Führerscheins. Obwohl, ne, ich bin gerade, also meine Theorie, ich weiß, Leute, die sagen, die ihr Führerschein haben, sagen bestimmt, du hast doch gar nichts geschafft, Alter. Die Praxis kommt erst noch. Das ist der, oh, das ist der schwierigste Part. Und ich so, ja, ja, kann sein, kann sein. Ich hatte ja noch, ich bin ja noch nie Auto gefahren, ich hatte noch nicht mal die Möglichkeit, mit meinem Fahrer irgendwie, oh, zu fahren. Du, kriegst du Schaden? Nö, Alter, wenn ich, wenn ein Ding irgendwo hinbläst, dann kriegt er keinen Schaden, ne? Und jetzt, kann ich hier irgendwie aktivieren? Wie viel? Ja, die Theorieprüfung, also, wenn ich immer so Prüfungen Simulations mache, kriege ich zu 90% immer unter 10, 100 Punkten, äh, unter 10 Fehlerpunkten. Das könnte wirklich so gut sein. Oh, wie, Lapschari, bitte, du darfst nicht fortgehen, lass deine Mutter nicht. Oh, oh. Boah, das ist ja auch noch ein schönes Foto. Ich habe jetzt Angst, wenn ich die Fähigkeit freilasse, irgendwas passiert. Ja, doch, auf die Oma. Hurra. Ja, komm, rappel nicht auf, Omi. Mach jetzt Brackdance. Was ist da? Oh, Lapschari, du bist nicht doch Lapschari. Ich freue mich ja jedes Mal so sehr, wenn ich das Lächeln auf dein Gesicht sehe. Lapschari, mein kleiner, lieber Lapschari, ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Was, du, hast du mich geheilt? Bist du wirklich ein braver Junge? Äh, du bist wirklich ein braver Junge. Weißt du, du und Ari, ihr seid wirklich tapfere Kinder und eure Großmutter ist ängstlich und beschwert sich die ganze Zeit über nur. Ich bin eigentlich diejenige, die sich selbst am Schlafhütchen, was, am Schlafhütchen parken sollte, nicht wahr? Was zum Teufel, was war das? Es tut mir wirklich leid, ich sollte mehr auf deine Gefühle achten. Ich bin eine schlechte Großmutter. Lapschari, mehr kann ich dir leider für dich nicht tun, aber ich will dir wenigstens das hier in deiner Flasche mit auf den Weg geben. Was gibt's denn hier? Omas Suppe. Mhh, stinkstiefel. Oh, solange du keinen Schaden erleidest, schlägst du mit doppelter Angriffsstärke zu. Weil da oben, weil der Großmutter die Flasche ganz voll gemacht hat, reicht es für satte zwei Portionen. Oh, die mögt doch, die mögt doch so gerne, nicht wahr? Wenn sie aufgebraucht ist, komm, ruhig wieder und hol dir einen Nachschlag. Ich werde sie gerne für dich kochen. Großmutter will sich von jetzt an wirklich Mühe geben. Aber tut ja nichts gefährliches, ne? Hörst du? Ja, ja, alles klärchen. Gut, warum hat er gerade die Kamera gewechselt? Das war irgendwie lustig. Gibt es da gleich irgendwo noch ein Schlupfloch, wo ich runterkrabbeln kann? Ich meine, Link hat ja nur so großen Schädel. Gut, ich bin mir, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Ich gehe mal zu, wie gesagt, zu Leopold. Nachdem wir die Oma, nachdem wir nur die Suppe von der Oma bekommen haben. Eigentlich nichts Weltbewegendes. Müssen wir auch hier weiter. Oh, was gibt es da bei der Flasche? Hallo. Das ist auch eine Flasche, die aktive ich direkt mal. Hm, okay. Spielpersonen, ja, ja. Okay. Aha. Das ist wirklich cool. Gandalf sieht in dieser Version wirklich geil aus. Er ist übelst breit. Ich meine, ähm, jetzt liegt mir bestimmt noch ein Mantel. Bei Twilight Princess war der immens groß. Gut. Und jetzt? Bist du bereit? Wenn du bereit bist, lass uns zurück zur Insel fahren und die Höhle suchen, in der Jabu sich versteckt halten soll. Ja, ja, alles prächtig. Sehr gesetzen. Ja. Gut, ich muss hinter dir. Oha, okay, der Wind bläst gerade ziemlich stark. Okay, gegen den Wind fahren, okay, ich muss nach, oh, oh, da ist doch dieser Strudel, ne? Oh, ich will reinfahren, ich will reinfahren. Die Musik ist auch Hammer. Die, 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 gut, ich mach mal erstmal, da warte, Moment. Da ist was Ding. Was soll ich da hin, oder wie? Ist doch die Rückseite, oder nicht? Ich guck's falsch. Hoch, links, rechts, gut. Ich will nach Norden, ne? Ach, auf einmal kann ich hier umgucken, ja? Was soll das scheiß? Ich will nach da. BiliBiii! Bin ich jetzt im Stuhl gefangen. Hier raus! Kann ich hier vielleicht irgendwas angeln? Das geht doch bestimmt kommen. Ja, komm, bergen, ja? Nein! Was, was? Nicht, Link! Was? Nein! Okay. Bastard. Link. Ich glaub, ich setz mal die Flasche weg. Das war grad zu intelligent, ja? Ja. Kann ich machen. Mhm, mhm, mhm. Gehst grad in den Trudel, ich rudel rein, oder nicht? Ja, okay, was ist der jetzt? Warte, kann ich den Steuer? Moment, ich kann den Bumma am Steuer oder wie? Moment. Ne, doch nicht. Ich dachte schon. Komm, hilf mir, Terry. Hilf mir, Terry. Nein. Hey, Link. hol den wieder. Da. Da muss ich irgendwie hin, nicht wahr? Nö. Wie soll ich hier raus? Hallo? Raus. Raus. Ja, ich verstehe. Warte, ich gehe immer wieder tiefer rein, ne? Jawoll. Gut, natürlich sogar. Ich wüsste jetzt nicht, welche Rückseite er gemeint hätte. Wir probieren mal aus, was passiert, wenn ich da reingehe. Na, da können wir ja weiter gucken. Vielleicht hätte ich auch, vielleicht hätte ich auch, guck mal, wie sich der Kompass tritt. Vielleicht hätte ich auch so sein müssen, dass ich den irgendwie aus, weich, ausgewichen hätte müssen. Wird ja auch sein können. Ist er jetzt richtig oder nicht? Scheint richtig sein, oder ich bin Game Over. Ne, doch nicht. Ah. Okay. Also muss ich da nicht hin. Ich kann eine Bombe reinschmeißen. Moment. Feuer! Nix. Okay. Moment. Ich muss zurück ein bisschen ran fahren. Nein! Nicht! Nicht, Link. Okay, vielleicht hätte ich das früher machen können. Und ich wäre nicht so idiotisch gewesen. Bombe! Bam! Okay. Boom! Und jetzt kann ich da reinfahren, oder wie? Na gut. Dafür muss ich jetzt mal ein bisschen rausfahren, ne? Ne, doch nicht. Mein Gott, warum sagt mir das keiner? Und ich fahr wie so ein Idiot da rein. Gut. Im nächsten Mal sehen wir, was in der Hülle drin ist. Also, schaltet ein. Bis dahin. Tillüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü